hallo leute ich bin der männer bernhardy und herzlich willkommen zu meinem neuen video heute habe ich für euch das gau iron pack hier handelt es sich um ein kleines 5-teiliges raketen set mit 3 20 gramm und 2 15 gramm raketen mehr gibt es dazu nicht zu sagen wir werden sie jetzt mal durchzünden mein fahrzeug findet ihr wie immer am ende des videos und dabei wünsche ich euch viel spaß iron pack ich habe keine freunde und keine haussehle zu haben was soll jetzt So, kommen wir zum Fazit. Ja, also ich fand das Iron Pack war so, naja, ich würde es mal sagen, typische Polen-Raketen. Viel zerleger mit, naja, ich würde es mal Alibi-Sterne nennen. Die Zerlegung war auf jeden Fall ordentlich, knallt auch wirklich schön saftig, aber ja, es ist halt ein bisschen Farbsterne und irgendwie die Willow-Rakete, die war nicht so wirklich rund. Nee, also mein Fall waren die Raketen auf jeden Fall nicht. Wer, ich sag mal, günstig in Anführungsstrichen Salud-Raketen ohne wirklichen Salud haben will, wird mit den Iron Pack wirklich, denke ich mal, gut auskommen. Da, ich sag mal, die meisten wirklich starken Salud-Raketen, wie jetzt Funke, die schwarzen und die roten, leider 1.3G sind, das heißt, für den Versand eher uninteressant. Ja, ansonsten finde ich, wer auf Effekt-Raketen Wert legt, es gibt so viel Besseres auf dem Markt. Also, ich werde sie mir nicht nochmal kaufen. Insofern, ja, von mir aus keine Kaufempfehlung. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, über Abo, Kommentar und Like würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Ansonsten freut euch auf das nächste Video und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.